Ein Baby Schrecklich, es kann sich kaum noch halten So helft ihm doch Sorry Ma'am, doch wir können leider nichts tun Unser einziges Sprungtuch wurde von Motten zerfresst Unsere Rettungsleiter ist auf der Hinfahrt abhanden gekommen Und wir kommen auch nicht ins Haus, weil der Hausmeister uns den Schlüssel nicht geben will Kann denn niemand helfen? Ha? Das ist ein Job für... Du... Hall... Hall... Er ist propös und dirös Du... Hall... Hall... Was um Himmels Willen ist... Brauchst du Hilfe? Bist in Not? Er hilft dir aus mit deinem Kot Du... Hall... 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 Ja! Hall... 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 Ja! Der Fall des Kindes wie fatal Doch er wird gestoppt und veranal Du... Hall... Hall... Aber das Haus, es brennt immer noch Er rette dich auf seine Weise, drum stehst du tief in seiner Scheiße. Du Fallmann. Oh, du Fallmann, hast du heute Abend schon irgendetwas vor? Yeah, ich gehe auf eine After-Show-Party.